Hallihallo, heute mal ein kurzer Tipp, ein sowas von kurzer Tipp. Was mich stört bei Ubuntu 13.10 ist Ubuntu One. Insbesondere dieses Cloud-Symbol war bei mir ständig an. Das kann man hier zwar abschalten, aber beim nächsten Rechner Neustart nach 30 Sekunden erscheint die Cloud wieder. Ubuntu One kann man zwar öffnen und gegebenenfalls in den Optionen das Verhalten auch abschalten. Bei mir war es aber so, es kam trotzdem immer wieder die Wolke. Eine Verbindung zu meiner persönlichen Cloud direkt zu meinem Rechner, das kann unerwünscht sein. Dass man ständig mit dem Ubuntu One Server verbunden ist, ob man will oder nicht. Ja, und dass Ubuntu One direkt dann an war, das ließ sich nicht gescheit abschalten. Insbesondere dann, wenn man vielleicht eine langsame Internetverbindung hat. Man ist vielleicht im Urlaub und macht das über ein Tablet und hat ein schlechtes Roaming oder wie auch immer. Eine langsame Verbindung oder hohe Kosten. Möchte man vielleicht alle unnötigen Dienste abschalten. Wir machen das mal übers Terminal. Es gibt auch das gleiche Video, was ich hier mache, nochmal in der Version, wo ich zeige, wie man das also gut über den Nautilus Dateimanager macht. Hier sehen wir übrigens, das Ganze versteckt sich, der Starter, der Starter. Ubuntu One Launch Desktop heißt, der versteckt sich im Ordner etc. xdg-autostart etc. xdg-autostart. Deshalb müssen wir da mit Root-Rechten dran. Ihr könnt euch die Datei auch mal ansehen. Darin ist dann enthalten zum Beispiel die 30 Sekunden. Die kann man nämlich ändern. Gut. Was tue ich hier? Ich mache es jetzt wie gesagt im Terminal, weil es effektiver ist, wie ihr vielleicht in meinem anderen Video seht, wo ich es mit dem Nautilus gemacht habe. Das war komplizierter. Sudo, ich move, ich verschiebe den Launcher, der sich im Ordner etc. xdg-autostart versteckt. Und der heißt da Ubuntu One Minus Launch Desktop. Den move ich jetzt. Gut. Ich befinde mich im Moment in meinem persönlichen Verzeichnis vom User. Und dort nehme ich dann eine versteckte Datei, die ich genauso nenne Punkt. Ubuntu One Minus Launch Punkt Desk Top. Achtet immer auf Groß und Klein Schreibung. Jetzt habe ich die verschoben. Die befindet sich jetzt in meinem persönlichen Ordner. Wo ich sie zunächst nicht sehe mit ls minus al. Sehe ich sie dann wieder. Gegebenenfalls. Wenn ich denn jetzt zum Beispiel, da war ich die mit der Schrift ein bisschen groß. Persönliche Ordner mit STRG-K. Die versteckten Dateien anzeigen. Und der entsprechende Eintrag ist hier. Wir sehen, ich war ja Root. Root. Habe jetzt hier die versteckte Datei. Eigenschaften nur der Root. Immer noch die Zugriffsrechte. Gut, ich habe sie verschoben. Und dadurch ist sie nicht mehr im Autostart, der für alle User gilt. Beim nächsten Start ist das Ding weg. Das ist, was ich haben wollte. Das besteht dann also keine permanente Verbindung mehr. Natürlich kann ich immer noch Ubuntu One manuell starten und die Cloud aktivieren. Aber der ständige Neustart hat mich gestört. Will ich das wieder rückgängig machen, muss ich es wieder zurück. Moven. Ja, gut. Wieder mit Root rechnen. Denn nur der Root kann diese Datei anfassen. MV wie Move. Und wir hatten ja genannt, Punkt Ubuntu One Launch Desktop. Mit Tab-Taste kann ich das Auto kompletieren. Hier in meinem lokalen Verzeichnis und muss wieder hin. Ach, etc. xdg. Autostart. Und jetzt Ubuntu One Minus Launch Desktop. Ihr könnt natürlich auch kürzere Namen wählen. Achtet bitte drauf, dass Desktop hinten dran ist und klein geschrieben, damit diese Punkt Desktop Datei ausgeführt wird. Wir moven also die versteckte Datei, die sich im Moment noch in meinem persönlichen Ordner befindet, in den Ordner etc. xdg. Autostart, in den wir da Root schreiben, darf unter diesem Namen Ubuntu One Minus Launch Desktop. Wie gesagt, ihr könnt auch einen anderen nehmen. Der Name ist egal, Hauptsache ihr kommt nicht doppelt vor. Und am Ende muss Punkt Desktop sein. Und das war es schon. Gut, was zu beweisen war, ist in meinem normalen Ordner, das noch drin, Steuerung kam. Ubuntu One Launch Desktop ist nicht mehr da. Genau, genau. Ist wieder in etc. etc. xdg. xdg. Autostart. Hier gibt es übrigens noch einen Ordner Ubuntu One, in dem ihr diverse Einstellungen vornehmen könnt. Auch als Root. So als Hinweis. Und wir haben wieder den Ubuntu One Launch Desktop. Wie gesagt, auch als Root. Und mit dem Editor Nano könnt ihr da vielleicht noch kleine Einstellungen vornehmen. Könnte ich auch nochmal kurz zeigen. Gehe ich mal hier drauf, nochmal aufs Terminal. Sudo Nano. Nicht Nano, Nano. Edc. xdg. Autostart. Ubuntu One Launch Desktop. Jetzt kann ich mit dem Editor Nano gegebenenfalls noch das Autostart Delay, also die 30 Sekunden ändern. Die 30 Sekunden hat man wahrscheinlich deshalb genommen, damit auf jeden Fall eine Internetverbindung besteht. Hier habt ihr dann diverse Einstellmöglichkeiten, um diesen Start noch ein wenig anzupassen. Gut. Und ich hoffe, hiermit Kauflust zu haben. Stefan X. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und Tschüss.